Ich habe diesen unmöglichen seitlichen Lampenslide gesehen und mich gefragt, ob ich das auch kann. Also habe ich verschiedene Stangen begutachtet und als ich die perfekte gefunden habe, habe ich erstmal Trockenübungen gemacht, damit ich beim Runtersliden nicht so lande. Dann habe ich den Stunt erstmal aus geringer Höhe getestet und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Also bin ich bis nach ganz oben geklettert und glaubt mir, ich hatte wirklich Angst, es durchzuziehen. Aber dann habe ich es einfach gemacht. Boah!